1, 2, 1, 2, 3, and... Ich habe mich in der Cornflakespackung gefunden. Ich habe sie mir verdient. An seiner Seite Lieutenant Nicholas Chan. Sie können China Town nicht verändern. Es verändert Sie. Kann ich Ihnen trauen? Keine Ahnung. Ich wette, Sie haben eine chinesische Freundin. Wir veranstalten eine Höschen-Razzia. Sie kommen in eine Welt mit eigenen Gesetzen. Ich will Ihnen was beibringen, solange noch Zeit ist. Chow-Yan Fett. Mark Wahlberg. Seine Uhr ist abgelaufen. Nick, Vorsicht! Corruptor im Zeichen der Korruption. Korruptor im Zeichen der Korruption.